Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und hammermäßige News oder auch nicht, denn es ist gerade ein kleiner Artikel von Pokefans veröffentlicht worden. Pokemon Go Community Days zu Electek und Magma angekündigt. Im November wird es wohl also zwei Community Days geben. Stellt euch das mal vor, bisher war es ja immer so, jeden Monat ein Community Day, die haben immer die Starter so im Prinzip durchgenommen. Dann haben sie jetzt mal einen wiederholt. Jetzt haben alle drauf gewartet auch, was beim nächsten Mal passiert, was es geben wird. Und jetzt gibt es gleich zwei Community Days in einem Monat. Also das wird auf jeden Fall richtig heftig. Aber ich muss jetzt schon wieder sagen, ich bin etwas enttäuscht, denn auch wenn Electek und Magma kommen, das sind zwar Pokemon der ersten Generation, die finde ich verdammt cool. Die Weiterentwicklung von Electek, also das Elevoltec ist auf jeden Fall mega stark und ein richtig genialer Elektroangreifer. Die Entwicklung von Magma, also Mark Brand, sieht nicht nur komisch aus, ist meiner Meinung nach auch etwas nutzlos. Also ich wüsste nicht, wo das jetzt seine Erfüllung findet. Aber beide Pokemon gibt es natürlich schon als Shiny im Spiel über die Babys. Konnte man bei bestimmten Events aber auch, also bei Magma weiß ich es 100%, das konnte man auch wild als Shiny fangen. Jetzt also ein Sea Day für jedes. Das heißt für mich, Hunderter habe ich schon, Shinies habe ich schon. Was es sonst für Boni gibt, wissen wir noch nicht. Was steht sonst da? Da der November schon fast erreicht ist, wurde schon auf die Ankündigung des nächsten Community Days gewartet. Diese wurde nun wohl versehentlich veröffentlicht. Ist dafür aber umso interessanter. Es handelt sich dabei nämlich um zwei separate Events. Am Sonntag, den 15.11., zwischen 11 und 17 Uhr Ortszeit, wird sich alles um Electek drehen. Eine Woche später, am Samstag, also der erste ist am Sonntag, der zweite ist am Samstag, den 21.11. Zur gleichen Zeit findet ein Community Day mit Magma statt. Genauere Informationen etwa zu Boni und Attacken der Pokemon sind aktuell noch nicht bekannt. Wir werden euch diesbezüglich, aber natürlich auf dem Laufenden halten, also. Was war da denn los? Wie kommt es dazu? Electek und Magma. Wie findet ihr das? Einfach nur ganz kurzes Video dazu, zu dieser Hammer-Ankündigung. Ich finde, das Bild sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Dass es zwei Community Days gibt, ist an sich auch eine coole Sache. Es sind keine Trash-Pokémon in dem Sinne. Sie haben beide noch einen Vorgänger, das gab es bisher, glaube ich, auch nicht. Also, sie haben beide ja einen Baby-Pokémon, haben beide eine Entwicklung, aber eben mit Sinostein. Vielleicht gibt es ja dann auch wieder Sinosteine an dem Tag hinterhergeworfen, wie das bei Kaifel zu Mammuthel war. Also, ich bin aber gespannt. Die ganze Stadt voll mit Electek sieht bestimmt richtig genial aus. Auch die ganze Stadt voll mit Magma sieht bestimmt richtig genial aus. Magma als Shiny macht eigentlich auch eine gute Figur. Electek, Orange, gab es meiner Meinung nach also noch nie. Wild, Magma schon. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es natürlich mal in die Kommentare. Was findet ihr besser, Electek oder Magma? Und wie findet ihr generell diese zwei Pokémon als Community Day? Und die Tatsache, dass es im November zwei Sea Days geben wird. Angeblich. Das steht nicht offiziell fest. Also, eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Egal, ich werde mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster... Genau, nebenbei lasse ich hier gerade noch mein Video, mein Gewinnspiel-Video rendern über ein neues Programm, um zu testen. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Gebt mal Feedback, schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.